Hallo zusammen, heute bauen wir den Fire TV Stick Version von 2017 auseinander. Diesen gab's ja um die Weihnachtszeit rum für ca. 25 Euro zu kaufen. Bisher hatte ich die erste Version davon im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Der Karton ist randvoll mit Teilen, ein Netzteil, Batterien für die Fernbedienung, der Stick selber, die Fernbedienung, ein kleines Verlängerungskabel für HDMI, eine Anleitung und eine Micro-USB-Kabel. Der Stick selber ist sehr, sehr schlicht gehalten, nahezu ein Horror für jeden Designer. Vorne der HDMI-Anschluss, um ihn direkt am Fernseher einzustecken und seitlich eine Micro-USB-Buchse, um ihn mit Strom zu versorgen. Der Fire TV Stick hat zwar keine Schrauben, die öffne mich rufen, dafür ist er aber ganz einfach geklippt und kann ohne Probleme geöffnet werden. Im Deckel befindet sich ein Stück Kupfer. Dies dient entweder zur Abschirmung oder sogar wahrscheinlicher als passives Antennenelement. Die gesamte Platine wird hinten von zwei kleinen Nasen gehalten, also auch hier keine Schraube. Auf dem unteren Deckel ist ein kleiner UHF RFID-Tag aufgeklebt. Ich schätze, dieser dient zur Nachverfolgung, Seriennummerverwaltung und so weiter bei der Fertigung. Die Platine selber ist auf den ersten Blick total langweilig. Aufgrund der Abschirmbleche kann man gar nichts erkennen. Also weg damit. Endlich sieht man die ersten Bauteile. Das Abschirmblech da hinten ist komplett verlötet und wird uns im Verlauf des Videos noch richtig viel Spaß bereiten. Unter diesem blauen Wärme-Lightpad müsste der Hauptprozessor sitzen und ich entferne es mal vorsichtig mit einem Messer. Alles schön abputzen und dann ab zum Mikroskop. Direkt zum Herzstück, dem Mediatek Quad-Core ARM 7 Prozessor mit i1,3 GHz pro Kern. Dieses Prachtstück ist perfekt für die Anwendung. Er kann in Hardware H.264D und encodieren, kann Full-HD ausgeben, hat Bluetooth, Wi-Fi und, leider ungenutzt, FM-Radio. Und Gott sei Dank, also hoffe ich mal, ungenutzt, GPS. Weil der Prozessor allein nicht genug Speicher hat, befindet sich direkt daneben ein 8 GB EMMC-Flash der Firma SK Hynix. Drumherum und auf der Unterseite ist ein Haufen Kleinzeug und diverse ICs, über die ich keine Datenblätter finden mag. Nun zum Aufbau der Platine. Wir haben ja doch eine sehr hohe Bauteildichte in Kombination mit vielen BGA-Bauteilen. Hierfür benötigt man auf jeden Fall eine vierlagige Platine. In der Seitenansicht kann man sehr gut erkennen, dass die Platine sogar sechs Lagen hat. In der Mitte befindet sich der Kern, zwischen den Außenlagen jeweils Pre-Bracks. Nun zu dem unglaublich hinterhältigen Abschirmgehäuse, das verlötet ist. Zuerst wollte ich es einfach mit Heißluft ablöten. Da dies nicht funktioniert hat, habe ich der Platine 300 Grad von unten mit der Infrarotheizplatte gegeben und 500 Grad von oben mit Heißluft. Ja, hat echt toll funktioniert. Da es sich hier zum Glück nicht um sowas wie empfindliche elektronische Bauteile handelt, habe ich kurzerhand zum Spezialwerkzeug gegriffen. Und schon ist der Abschirmdeckel absolut professionell entfernt. Darunter versteckt sich ein weiterer Chip. Genauer gesagt handelt es sich um einen Broadcom BCM 43569. Das ist eine Single-Chip-Lösung für Dual-WLAN und Bluetooth 4.1. Scheinbar ist das WLAN und Bluetooth auf dem Mediatek-Chip nicht gut genug für Amazon. Hier noch ein Übersichtsbild über die Antennenkonstruktion, die sich auf der Platine befindet. An dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, Black Magic. Wer sich so etwas ausdenkt oder so etwas simulieren muss, Hut ab. Die Antennenstruktur wird sowohl für das Dual-Band-WLAN 5 GHz, 2,4 GHz als auch Bluetooth verwendet. Mit Flussmittelreiniger entferne ich jetzt sicherheitshalber den feinen Metallstaub vom Öffnen des Deckels. Man weiß ja nie. Zu guter Letzt wird dieser wieder absolut fachgerecht und professionell verlötet, damit die Schirmung gegeben ist. Solche Deckel sind ja in der Regel nicht dazu da, um die Wirtschaft anzukurbeln, sondern dienen dazu, dass weder Störungen von außen auf die Platine bzw. von der Platine nach außen gelangen können. Der Zusammenbau des Sticks war wirklich sehr einfach. Da keine Schrauben drin sind und alles nur geklippt ist, konnten auch keine Schrauben übrig bleiben. Glaubt es mir oder nicht, der Stick hat nach dem Zusammenbau tatsächlich noch ohne Probleme funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, dein Abo dazulassen, damit ihr keine Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.